Sprich das Thema nicht an. Geh mir nicht auf die Nerven. Machen Sie meinetwegen keine Umstände. Spiel mir doch nichts vor. Mach mir doch nichts vor. Versuch das bloß nicht zu Hause, Kinder. Verschließ nicht länger die Augen davor. Verschließ nicht länger die Augen davor. Verschließ nicht mehr die Augen davor. Verschließ nicht mehr die Augen davor. Verschließ nicht mehr die Augen davor.